Willkommen zurück zu Splatoon 3 Rückkehr zur Ordnung im dritten Versuch Wir haben jetzt hier Drohnenanzeige Haben wir auch was für den Tintentank? Ne, das braucht man nicht so Füllt Drohnenanzeige bei Bewegung Oder ermöglicht Perler Drohnen Heulboje einzusetzen Mehr dieser Chips verringern den Einsatz der benötigten Punkte Ich würde dann auf den gehen Ja, warum nicht? Warum eigentlich nicht? Ah, die ist es Die Map Dann müssen wir einmal nach oben Zahn Den hier machen Und dann bei der Kugel Machen wir auch mal den Stoß Hopp Schauen wir, dass die mal nach unten geht Die Kugel Ja Nein Jetzt muss ich die Kugel raufschieben Das ist doch nicht euer Ernst Kommt Ja Nein, ich muss die Kugel raufschieben Hallo Ja, die schieben die in alle Richtungen Aber nur nicht nach oben Aber nur nicht nach oben Ganz toll Hopp, komm Ja Nach oben mit dir Nein Du sollst hier Ja Nächste Etage Komm Ja Okay Nächste Etage Dann Dann darüber Dann hoch Komm Ja, okay Okay Haben wir die auch Dann gehen wir in Etage 13 Bonus Ja Ja Aber wir sollten schon Füllt Tintentank Beim Bewegen Ich denke da wäre es jetzt gut, dass wir auch mal was für den Tintentank mit haben In der anderen Richtungen haben wir ja schon gut was Ja Okay, wir müssen die wieder besiegen Es sind wieder drei Stück zurück Komm her Hm Ah, schade Komm her Komm Ja War der Gegner wegmachen Komm her Ja Dann komm her Ja, wo sind die? Da hinten. Einfach, dass ich die mal umpositionieren. Wäre ganz gut. Schade. Wow. Warte, ich gehe ein bisschen auf Abstand. Ja. Wo sind die? Wo sind denn die jetzt? Komm. Ja, okay. Sagt der gerade, der springt auf mich drauf, aber wir haben es geschafft. Gut, ins Trifiano reingeloggt. Oh, wir haben jetzt Standard. Nur Standard. Die Drohnenanzeige wird schneller aufgefüllt. Was haben wir hier? Mehr Drohnenbatterie vom Gegner. Wäre auch gut. Aber da haben wir die Gefahr wieder dabei. Deswegen, ich würde machen, ermöglicht dir längere Glücksbomben. Je länger die Kombo, umso häufiger hinterlassen Gegner-Items. Es wäre schon nicht schlecht, dass wir jetzt bei einem Punkt sind, wo wir auf die Items gehen sollten. Dass wir da wirklich gut vorankommen. Dann schauen wir mal, dass wir mit den Items gut vorankommen. Wir müssen den Turm. Okay. Ja, geh mal. Ja. Hopp, hopp. Nach oben. Oh, Sniper. Okay. Ist der da neben mir stärker, der Sniper? Was? Ich habe mir einfach einen Sekt drängen lassen. Und der Turm ist noch ganz unten. Oh no. Das kann was werden. Komm. Komm. Ja. Ich denke, die Position ist echt schlecht. Die Position ist echt nicht gut. Komm die. Ja. Okay. Komm. Ja. Okay. Immerhin, das habe ich schon mal. Komm. Komm zu ihm. No. No way. Ey, hallo. Ja. Sehr gut. Okay. Weiter. Komm. Das sind ja nur große. Nein. Ich gehe hier komplett drauf. Hä? Was stelle ich mich so, du mal an? Komm. Wo ist denn der Turm? Da oben. Komm her. Ja. Komm. Wow. Dann kommt man hier auch schon. Komm her. Ja. 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 Okay. Komm. Da ist der Sniper. Komm her. Ja. Ja. Okay. Dann komm. Komm. Komm bitte. Fahr. 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 Fahr doch zu Turm. Mann. Mach. Geh rein da. Geh rein da. Wenn ich reingehe. Wieder unnötig da zweimal drauf gegangen. Komplett unnötig. Aber gut. Wir haben es geschafft. Oh ja. Ja. Natürlich. Ähm. Den Turm würde ich jetzt. Nicht nochmal nehmen. Nachdem wir da vorher so drauf gegangen sind. Wir haben noch mehr einen Versuch. Jetzt darf gar nichts passieren. Das darf echt nichts sein. Deswegen alle Gegner weg. Ja. Okay. Wow. Wirf dich kurz. Ja. Weg hier. Komm. Ja. Auch dich habe ich. Einer noch. Komm. Wo ist er? Ich würde mal nach da oben. Um einfach mal zu schauen. Wo bist du? Du bist hier. Komm. Okay. Noch nicht bekommen. Richtig so. Bist du überhaupt hier? Oder den anderen Weg? Ja da. Komm. Ja. Okay. Etage 15 haben wir auch. Schon mal gut. Gibt es dann irgendwann einen Automaten wieder? Da sind wir wieder. Okay. Ja. Ja. Boah. Ja. Da hatte ich ja das erste Mal einen mit Gefahr ausgewählt. War dann nicht so gut. Komm. Ja. 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 Okay. Und weiter geht's. Schauen wir was uns jetzt erwartet. Mit Gefahr. Aber wieder Zone. Würde ich nicht machen. mehr Plattenteile von Gegnern. Drei Stück. Dann schießt die Perlatrone mit ihrem Perliminator kurz die Portale. Ah. Kurz auf die Portale. Machen wir. Ist sogar mit Bonus. Schauen wir uns an. Zerstöre die Portale. Was? Was? Was heißt das jetzt? Oh. Ich soll mich hier nur im Fisch bewegen. Wow. Komm her. Ja warte. Lass mich kurz weg. Ja okay. Immer da wo ich bin kommen die raus. Das ist halt nervig. Komm. Ja. Komm. Ich verliere ja aber ordentlich Punkte. Weil ich nicht in den Fisch gehe. Oder nicht immer. Ja. Ich habe bald null Punkte. Das müssen wir in Kauf nehmen. Ja. Ich habe auch null Punkte jetzt. Aber der kommt. Der hat mich einfach runtergeschubst. Mir fehlt ein Portal. Komm bitte. Bitte. Mann. Es ist halt auf einfach. Aber es ist nicht einfach. Wenn da immer wieder was rauskommt. Und diese ganzen Sniper. Jetzt habe ich es endlich. Komm. Ja. Boah. Was war denn das jetzt? Gute Fähigkeit haben wir. Ja. Und dann in die nächste Etage. Und dann in die nächste Etage. Weil man sollte jetzt mal wieder schwierig auswählen. Sollen wir den hier machen? Vergrößert den Bereich. Erhöht den Schaden durch Schallwellen. Jetzt war jene der Holboi. Okay. Ja. Können wir machen. Oder wir machen Drohnenanzeige. Wird schneller aufgefüllt. Was hat denn wir eigentlich geschossen? Oder wir haben angefüllt. Nee. Wir machen Team. Ja. Wir machen Team. Okay. Let's go. Ach ja. Komm. Wow. Da sind ja noch ganz andere dabei. Komm. Komm. Ja. Hö. Ja. Danke. Sind aber zum Glück nur zwei. Die wir da reinbringen müssen. Komm. Dass wir wenigstens die Kugel schon mal haben. Dann hopp. 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 Komm her. Ja. Gut. Dann hauen wir die nochmal runter. Die will ich aber dann in die Richtung hauen. Ja. Komm. Weg hier. Weg hier. Wo ist die jetzt, die Kugel? Ja. Ja. Komm. Warum bin ich hier im Eck? Hoch da. Komm bitte. Nimm nochmal mit. Ja. Okay. Sehr gut. Haben wir das auch? Habe ich das auch? Dann in die nächste Etage. Wir könnten jetzt mehr Rüstungen von Gegnern. Rüstungen retten dir, äh, dich vor dem Verlust eines Versuches. Wir haben erst nach dem Boss wieder in Automaten. Aber okay. 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 Es ist aber nur eine Zone. Aber es kann je nachdem auch schon schwer sein. Ja. Rüstung. mehr. Ja. Ja. Mehr. Mehr. Ja. Geh runter. Perfekt. Komm. Mehr. Mehr. Nein, nicht der schon wieder. Ja. Okay. Hinter. Warte noch. Ja. Mehr. Ja. Okay, noch 40. Den mal weg. Sniper. Komm, weg mit dir. Weg mit euch. Weg mit euch. Komm her. Ja. Mehr. Ja. Wow. Drei vor Ende. Ja, genau. Die nochmal alles hier wegnehmen. Ich muss hier mal den Gegner wegmachen. Nee. Warte. Ja. 14 noch. Ja, 15. Danke. Ich muss mal den Sniper hier wegmachen. Ja. Oh. Lass mich kurz hier weg. Das ist schon der nächste, oder was? Was visiert mich jetzt denn wieder an? Komm. Ja. Ja. Hopp. Hopp. Komm. Ja. Okay, sehr gut. Sehr gut. Drei, zwei, eins. Komm bitte. Ja. Hat ein bisschen länger gedauert. Aber auch die Etage habe ich geschafft. Jetzt wird es auch schon ein bisschen schwieriger. Aufgepasst gemacht. Aller Wahrscheinlichkeit nach erwarten wir uns auf der nächsten Etage am Boss. Kämpfe mit Köpfchen und pass gut auf dich auf. Macht nicht immer so viel Sorgen. Ja, ja, natürlich. Marina ist unverbesserlich. Verteilt noch immer gute Ratschläge, um die keiner gebeten hat. Ich kann nicht anders. Mir liegt eben viel am Perler. Sie ist die perfekte Kombination aus Ultrakut. Okay. Die Seite an dir ist mir neu. Was ist denn das? Wer und was bist du? Hm? Ja, der hat ein Licht. Hä? Jetzt kommen hier Gegner. Was? Okay. Ah, der darf mich nicht sehen. Ich darf mich nicht in sein Licht. Ah, ich muss den weg machen. Nicht wahr? Wie viel haltet denn der aus? Ach, ich darf nicht mal den Tintenfisch vormen in sein Licht. Okay. Deswegen wahrscheinlich hier auch die Absperrung. Aber der ist jetzt auch schneller. Gegner. Komm her. Gegner. Wow. Wow. Okay. Ja. Hier ist klar. Warte, wieder zurück hier. Ja. Warte. Komm her. Ja. Okay. Okay. Voll rein. Weg hier. Weg hier. Was hätte ich denn machen sollen? Muss ich den Ganzen auf einmal schaffen? Scheinen mir fast zu. Gut, dann färben wir mal ein bisschen. Komm. Ja. Wow. Okay. Komm. Ja. Warte. Komm her. Okay. Ich hab' wieder irgendwas. Komm. Ja. Komm. Ja. Ja. Komm. Bleib mal hier. Jetzt wieder vor. Zurück hier. Komm. Ja. Warte kurz. Jetzt. Huhu. Huhu. Was war das denn? Was war das denn? Okay. Mal hier ein bisschen was. War jetzt aber auch nicht so schlau von mir gemacht. Wow. Ich denke im nächsten Versuch kriegen wir den. Ich denke im nächsten Versuch kriegen wir den. Hast du noch was? Ja. Machen wir mal. Was gibt's da noch? Was gibt's da noch? Ich hab' doch einen, oder nicht? Hä? Äh. In dem Schlitter lässt sich das? Oh. Gut, Leute. Hoffe, ihr habt euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Rothschlumpf.